In diesem Video stelle ich dir die Hardy Race Rock'n'Force 2 vor. Ein interessantes Rütchen für die leichte Spin-Angelei. Diese Rüte hat eine Länge von 2,25 m und ein Muchtgewicht von 0,3 bis 10 g. Und dabei wiegt sie lediglich 79 g. Sie ist der Nachfolger von der beliebten Rock'n'Force und es gibt sie in einigen Varianten. Ich habe mich für das Modell bis 10 g entschieden, schön mit tubular Spitze durchgelackiert. Sieht man, sehr schöne Aktion zum leichten Angeln mit der tubular Spitze wirklich perfekt zum Around Angeln. Ich habe jetzt die Route zusammengesteckt. Ich drücke mal das Rückgrat. Man sieht, ja doch nicht zu hart. Also bis in den hinteren Teil lässt sie sich bewegen, aber nicht weich. Also es bewegt sich aus ein wenig, aber sie ist nicht weich. Aber eine absolute Härte hinten bleibt aus. Und wenn ich hier vorne drücke, sieht man schön der Übergang. Relativ steif. Und hier dann zur Spitze, sieht man. Die Aktion ist also schon eine Spitzenaktion, aber nicht zu Spitzen betont. Also man sieht hier die Biegungskurve. Ist wirklich schön für das Around Angeln geeignet, finde ich jetzt. Ich muss sagen, die Aktion ist speziell, aber zum anderen wirklich ideal, also habe ich sehr wenig Drillaufsteiger bei dieser Route. Und die Besserkennung ist wirklich sehr gut, finde ich. Weniger Aussteiger ist etwas subjektiv, aber ich finde wirklich, da kann man etwas merken im Vergleich zu anderen Routen. Wenn ich die Route jetzt hier wedle, sieht man, die Spitze stellt sich schön schnell in die Ausgangsposition zurück. Ich montiere jetzt hier die Rolle einer 2.500er Daiba Luvias. Schön beim Griff hier. Um die Balance zu zeigen, steckt dafür die Route zusammen und sieht, die Balance ist leicht vor dem Foregrip. Also es könnte auch eine schwere Rolle sein, aber ich finde, so eine leichte geht absolut klar. Und eben, da ich sie doch meistens relativ weit vorne halte, zwischen Keimfinger und Ringfinger, liegt sie doch relativ gut in der Hand, auch wenn ich seitlich angle, was ich hier oft mit dieser Route praktiziere. Hier habe ich jetzt die Schnur bei der Rock'n'Force 2 durchgezogen und nun befestigt. Man sieht schön die Spitze, also schon eher etwas weicher und wirklich schön in der Spitze die Aktion. Wenn ich hier etwas weiter nach hinten gehe, sieht man wirklich schön die Vorder- und zwei, drei Ringe, wo es weich ist und erst danach kommt langsam, progressiv das Rückgrat. Also wirklich eher die Spitze, die weicher ist und hinten wird es fester. Ich bin jetzt hier so ein bisschen Olive. Man sieht, die Spitze gibt es schön nach, wenn man dann in den Drill kommt. Da kann man schön den Anhieb durchbringen. Interessante Aktion, auch vorne mit den eingefärbten Ringwicklungen in Rot. Sehr schön anzuschauen die Spitze beim Angeln. Jetzt zeigt die Rock'n'Force 2 noch in der Nahaufnahme. Mir gefällt das Rütchen optisch sehr, hier mit den rot-orangen Akzenten. Ich fange mal hier hinten beim Butt Grip an. Hier schön ein Metallstück in Rot. Hier einfach Duplon. Ja, mittlere Härte. Hier vorne, ja so ein dunkles Metall. Hier schön lackiert. Hier das Hardy Rice mit Rot gekachelt. Finde ich absolut schön. Hier kommen wir zum Griff. Der Rollenhalter hier hinten von Fuji. Hier Hardy Rice graviert. Und interessant gemacht, hier vorne ganz ein kleines Stück mit Duplon. Hätte ich jetzt persönlich weggelassen. So ein bisschen weich, also ziemlich weicher vorne. Auch schon etwas abgenutzt von vielen anderen. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie direkt alles hart gemacht hätten. Hier eine V3-Technologie. Schöne Zierwicklung. Finde ich sehr schön gemacht mit dem Rot. Nicht bei Elektrizitätswerken benutzen. Hier noch die genauen Angaben. Vom Rütchen. Schön mit Rock'n'Force 2. Und hier kommt schon der Blank, ungeschliffen. Lackiert, schön eingewickelt. Für eine gute, schnelle Aktion. Hier der Stattring. Doch eher etwas grösser. Auch von Fuji hier sieht man engraviert. Einsteig. Nicht extrem stabil. Aber dafür schön leicht. Und eher etwas grösser. Hier die Zappenverbindung geschliffen. Ich stecke die Rute mal zusammen. Hier der vordere Teil. Und hier noch besonders Rocket and you know it. Auch hier Fuji Ring. Finde ich schön gelöst. Den Übergang. Eben der zweite Ring auch einsteig. Hier der dritte. Zwei Steck. Vierter auch zwei Steck. Und hier beim fünften fängt es an. Mit der roten glänzenden Wicklung. Sechster Ring. Kleiner. Siebter Ring. Achter Ring. Und neunter Ring. Mit schön grossen Lament vorne. Auch schön fein. Ideal gegen Verhederungen. Und eben das rote hier. Bei den Ringen. Ist ideal. Um ja wirklich schön die Rute zu beobachten. Also auch wenn man eher optisch handelt. Sehr schön hier vorne. Hier montiere ich mal das Röllchen. Um den Übergang zu zeigen. Schön zum anziehen. Eben die ganzen harten Teile finde ich wirklich schön gelöst. Hier glänzt alles ideal. Eben die zwei Duplonteile hier. Hätte ich jetzt persönlich weggelassen. Eher etwas mit Relief hier. Und etwas fester. Das Ganze liegt wirklich schön in der Hand. Auch hier unten. Beim Finger. Sieht man fast wie eine Aussparung. Eben für jeden Finger hier. Ich finde das wirklich schön gemacht. Und auch hier eher etwas der dickere Lack. Ja. Ich finde das wirklich schön aus. Zum Halten, zum Angeln. Die Rute sehr entspannt. Liegt wirklich perfekt in der Hand. Auch hier kommt man schön zum Lenk. Designtechnisch sehr interessant die Rute. Sehr gut finde ich diese Rute mit der doch etwas weichen Spitze. Und mit den roten Akzenten hier vorne. Zum Carolineric Angeln. Wirklich ideal. Mit 10 Gramm. Habe ich sie am Fluss und am See eingesetzt. Wirklich schön dafür. Die Barsche können den Kölner schön einsaugen. Und die Spitze gibt gut nach. Man spürt auch trotzdem den Biss. Da die Spitze nur vorne relativ weich ist. Und dann hinten merkt man sofort den Fisch. Und dann kann man den Anhieb setzen. Wenig Aufsteiger. Denn die Aktion dafür wirklich ideal. Natürlich auch für das Texas Trick Angeln. Ideal geeignet. Durch die Tubular Spitze aber auch gut geeignet zum Jiggen. Da würde ich eher nicht so weit hoch gehen mit dem Gewicht. Da die Spitze doch nicht zu steif ist. Also beim C-Rick gehe ich bis 10 Gramm. Beim Jiggen ja so 6 Gramm. Sind eher so die obere Grenze 7 Gramm. Ist schon fast zu viel. Mit 4 Gramm 5 Gramm ideal zum Jiggen. Aber die Spitze ist auch sehr interessant für das Dropshot Angeln. Mit 10 Gramm oder 5 Gramm. Also wirklich für das ganz leichte. Schön mit den roten Wicklungen hier vorne und der weichen Spitze. Können Sie den Kölner gut einsaugen. Man spürt und sieht die Bisse sehr gut. Ich habe die Rute aber auch am Bach eingesetzt. Zum Spinner an und auf Forelle. Mit einem Einer geht das gut. Da ist nicht zu viel Widerstand. Für zwei ist schon zu viel. Vor allem wenn man gegen die Stremmel holt. Aber auch am Bach hat die Rute eine gute Figur gemacht. Da würde ich aber nicht zu schwere Köder verwenden. Auch für Wobbler eher etwas. Für kleinere Tauschhaufeln. Auch für Zwitschweg habe ich diese Rute eingesetzt. Mit 5 Gramm ideal. Ich stehe jetzt nochmal die Rute zusammen. Und schaue das Feedback an der Decke. Wenn ich da rangehe. Ja man spürt es gut. Mit dem Finger vorne. Könnte etwas mehr sein. Ich denke das liegt vielleicht auch etwas am Dupland hier vorne. Und die Spitze ist eben nicht zu hart. Also eher eine Rute die gut gegen dafür ist. Und zackhafte Bisse zu bekommen. Wo man nicht jeden Biss ganz hart spüren muss. Dafür die Biss aber gut verwerten kann. Und weniger Drehlaufsteiger hat. Ich finde es ist eine spezielle Rute. Die wirklich schön in der Hand liegt. Ein schönes Design hat. Auch mit der Spitze. Ist vom Preis-Leistungsverhältnis in meinen Augen eher etwas teurer. Auch die Rute eben Rock'n'Force. Fürs Rockfishing ist salzwasserfest. Dafür einfach kurz unter die Dusch stellen. Nach dem Angeln damit das Salz weg ist. Aber sonst sind alle Teile korrosionsbeständig. Ich hoffe das Video dir gefallen. Wie leicht ist die Route genau das was du suchst. Ich habe auf jeden Fall viel Spass damit am Wasser. Ich wünsche auch dir viel Erfolg am Wasser. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.